ja servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen info video auf meinem kanal und zwar zur kalenderwoche 27 zur nächsten woche diese woche sind ein paar tage ausgefallen es war so warm in meinem zimmer ist auch knapp 40 grad von daher habe ich gesagt kommt ich lasse den computer diese raus damit sich nicht das ganze zimmer komplett aufheizt es wird jetzt aber ab morgen komplett weitergehen ich kann es einmal zeigen ich habe das schon umgerüstet umgeplant hofbergmann folge 6 morgen um 7 uhr ist auch schon fertig lippinki bin ich gerade dabei transport viel was aufgenommen autowerkstatt simulata 2018 ist soweit vorbereitet ls 19 provenx musen aufnehmen minecraft ist fertig ls 19 nordfriesischen marsch ist vorbereitet mit seinen musen aufnehmen und für sonntag geht es auch noch das werde ich heute auch noch alles vorbereiten und alles machen und wie gesagt nächste woche wollen wir mal durchgehen ich werde da ein bisschen was verändern wir haben hier auf bergmann montags dienstags donnerstags doppelfolge samstags sonntags das werde ich so lassen rollercoaster tag und drei die zwei folgen werde ich auch so lassen dann haben wir um 9 uhr lippinki samstags sonntags werde ich denke ich auch erstmal lassen transport fieber drei folgen die woche autowerkstatt simulata 2018 werde ich vielleicht samstags sonntags wegnehmen nur in der woche autowerkstatt simulata 2018 von daher streichen wir das einmal so ls 19 provenx werde ich erstmal dabei lassen minecraft auch ganz klar ist ein schönes projekt was ich weitermachen will primetime wird dienstags und donnerstags weiterkommen itis 2 wird mittwochs und samstags montags und donnerstags vielleicht montags 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ja dann würde ich könnte man so lassen genau ok komm egal youtube was live bleibt dabei hier zwei folgen die woche dienstags und freitags um 20 uhr und hier nordfriesisch marsch montags dienstags und samstags sonntags um 19 uhr neu dabei ist ein game was ich durch zufäll gesehen habe und zwar smartphone tycoon da wird am mittwoch eine folge um 17 uhr kommen in der zwischen primetime im prinzip dienstags primetime mittwochs smartphone tycoon und donnerstags wieder primetime und halt dann sonntags tropico 3 das wäre im prinzip so der plan mal gucken ob es so funktioniert die nächste woche wird auf jeden fall alles an folgen kommen das garantiere ich euch das verspreche ich euch ansonsten könnt ihr mich 4 teilen 8 teilen oder sonst was ihr wollt und wieder so warm hier aber ich werde das jetzt durchziehen heute geht es von den temperaturen her zumindest einigermaßen das ist so geplant für die nächste woche und ich freue mich wenn ihr natürlich überall mit dabei seid oder in dem projekt was ihr gerne sehen wollt die einen minecraft die anderen autowerkstatt simulator 2018 die anderen transport fever oder ls 19 mal gucken wie auch smartphone tycoon bei euch einkommt mal gucken ich werde davon am mittwoch die erste folge machen aufgenommen ist die erste folge schon das kann ich deswegen rot machen ansonsten wie gesagt sieht es gut aus bis jetzt danke fürs zuschauen bis morgen 7 uhr hofbergmann folge 6 10 uhr und wieder straffer zeitplan hier 9 uhr lipping kill 10 uhr transport fever 12 uhr autowerkstatt simulator 13 us 19 provence 15 uhr minecraft und 19 uhr ls 19 nordfriesische marsch was eventuell noch dabei kommen könnte der mann monster hann das wird das wurde vorgeschlagen und eventuell ls 17 nordfriesische marsch und bausimulator 2015 ich hätte bock drauf geplant ist es aber ob es kommen wird mal gucken werden wir sehen außerdem noch restaurant empire ich habe die cd hier schon liegen ich glaube da wird auch noch zwischendurch mal eine vollkommen könnte eventuell sich auf samstags 17 uhr legen mal gucken wir werden sehen wie es läuft vielleicht lege ich dann auch noch ets von 18 uhr auf 17 uhr um dann wäre 17 uhr komplett zu das wäre denke ich mal ein guter plan oder youtubers live mal gucken ich weiß nicht das werde ich noch sehen aber ich denke mal hier restaurant empire wird hier wieder kommen so das wäre es erst mal gewesen bis dann ciao und auf wiedersehen so das wäre es bitte schön dann d d Vielen Dank.